Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Backyard Games. Not as good as I once was. Tja, wer ist das schon? Drei Sterne Herausforderung, wir sollen einen Rushing Touchdown erzielen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir für mindestens fünf Yards laufen. Wenn das einen Bonus dann gibt, wir werden mit den Dads unterwegs, diese kleinen schnellen Kinder. Das wird lustig. Und ein weiterer Bonus, wenn wir einmal schwacken. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer gegen die Kleinen. An der 30-Jahr-Linie sind wir. Ich versuche es mal mit aggressiven... Erster und zehn an der 25. Das heißt, First Down an der 5-Jahr-Linie. Barry mit dem Router, der Run ist aber gut. Bis an die 13-Jahr-Linie. Perfekt. Dann können wir doch weiterlaufen. Sehr schön. Zweiter und acht. Ich habe getruckt, aber er hat, glaube ich, nicht gezählt. Nein, hat er nicht. Dritter und sechs. Ich gehe mal per Audible. Was haben wir denn hier? Arlott Blancy. Es ist sehr interessant. Das ist ein Pass. Das ist nie im Leben im Lauf. Der Inside Zone. Das ist ein Run. Kriegen wir den noch hin? Gerade eben noch, aber wir kriegen ihn hin. Jetzt haben wir einen 4. und 5. An der 10-Jahr-Linie. Wir brauchen ja einen First Down, damit wir hier weiterspielen können. Da versuchen wir mal, auf den Running Back zu gehen. Ja, und kein First Down. Du brichst aber auch nicht einen Tackle gegen die Kleinen. Ja, natürlich müssen wir es nochmal spielen. Wir haben ja keine Chance. So. Inside Zone. Erstmal der Run. Wunderbarer Truck. Da haben wir doch endlich mal eingeschafft. So. Ich versuche jetzt, Andy. Also alles ist das neue First Down zu holen. So. Wir schauen uns mal. Mercury. Er bekommt den Ball. Kann sich durchsetzen. Ah, war das das First Down? Wir sind an der 5-Jahr-Linie. Third and Inches. Ein paar Zentimeter fehlen noch. Aber die dürften wir ja wohl holen. So. Wir brauchen ein First Down. Wir brauchen noch ein paar Rushing Yards. Und das war doch richtig gut. Wir haben die Yards voll. Wir haben den Truck voll. Jetzt muss das Ding nur noch in die Endzone. An der 1-Jahr-Linie stehen wir. Freunde, das muss doch möglich sein. Und das ist der Rushing Touchdown. Da müssten wir es doch geschafft haben, oder? Haben wir alle 5 Sterne geholt? 1, 2, 3, Stern Nummer 4 und Stern Nummer 5. Also dann, es passt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.